Fertig? Okay! Und was ist das? Es gibt viele Sender im deutschen Free-TV. Mann, das nervt. Aber nur einen Comedy-Sender. Das musst du dir unbedingt angucken. Comedy Central. Darf ich mal sehen? Einfach unglaublich. Wir arbeiten hart. Für ein Qualitätsprogramm, wie sie es noch nie gesehen haben. Ganz genau, Bruder. Schräg. Ich find's toll. Durchgeknallt. Und lustig. Deshalb seien sie bereit für ein Programm der Extraklasse. Ich hab die Nummer hier auf dem Niveau durchgeplant, das viel zu hochwürdig ist, Baby. Denn das ist eine exklusive Mischung. Comedy Central. Entertainment, das Spaß macht. Das ist Comedy vom Feinsten. Comedy Central. Enjoy daily.